hallo auf meinem kanal keines eiland heute wieder sonntag die sonntagsfahrer sind unterwegs richtung pangar hier haben wir auch schon mal gestoppt machen eigentlich oft einen kaffee trinken schöne fünf kleines kaffee kann man auch nudelsuppe essen kurz vor pangar ich gehe mal davon aus wird ein schöner tag jetzt ist schon ziemlich heiß muss ich echt sagen und bin mal gespannt wo wir hinfahren ich denke mal in pangar da gibt es so einen affenpark das werden wir anfahren und dann schauen wir mal was der richard geplant hat jetzt geht es weiter hat spaß gemacht gehört natürlich noch ein bisschen fachsimpeln dazu oder reiner muss ich demnächst mal ein gescheites motorrad kaufen weil das geht auf dauer gar nicht aber ist in arbeit jetzt sind wir in pangar ist ein park habe ja auch schon mal einen film drüber gemacht muss ja echt sagen so nahe erholungsgebiet echt cool gefällt mir gut als der joggingpfad und so weiter und eine menge affen auf verschiedene höhle werden wir jetzt wahrscheinlich aber nicht durchgehen mal gucken je nachdem steht da halt auch wasser drin wenn es viel geregnet hat ja hier musst du echt aufpassen wo du parkst wir haben sie mit dem auto hier vorne dran sogar mal ein seitenspiegel raus gezogen abgebaut und zum dank dank dafür noch aufs dach gekackt also von daher immer ein bisschen vorsichtig sein das ist schon geht noch aber sie sind schon relativ recht wenn mit der tasche kommst oder eben im auto sind es gewöhnt das gefüttert wird ja für dich habe ich nichts wie war das fliegen habe ich doch gesagt habe ich doch gesagt habe ich doch gesagt guck mal der hat jetzt gesehen was ich da in der hand habe und wo ist man gleich nachher gezogen hat der dreck gesagt hat er wirkt aber nicht so freundlich dem hängt irgendwie die unalip oder was geahnung dass sie dauern die zähne das was ich eben gesagt habe da liegen dann teile von der spiegel rum darüber steht glaube ich sogar warnschild irgendwo wo spiegel dran hängen die reste ja genau hier ist das schild allerdings auf thai da hängen aber auch ein paar spiegelschalen sehr viele mittlerweile oder das letzte mal wo ich da war waren halt einfach nicht so viele da aber da ist echt was los vielleicht wissen die auch sonntag viele leute kommen vorbei fütterungszeit also ich gehe da jetzt nicht hin die ist eine auf mir zu und hat ein junges am bauch hängen gehabt denke mal mag sie nicht wenn man zu nah kommt eben noch was sagt wegen den spiegeln jetzt hätten sie die handschuhe geklaut vom kollege aber ich glaube wenn sie wissen das ist nichts zu fressen dann lässt dann vielleicht wieder fallen wir arbeiten halt gerade ganz gut ja gut werde jetzt ohne handschuhe weiter gefahren ja heute ist ein bisschen schräg shame on me ich habe vergessen batterie in die gopro zu machen also fahraufnahme gibt es keine sorry jetzt haben wir hier noch einen kleinen stop beim supermarkt dann fahren wir weiter wieder nach chaulack und abschluss machen wir dann beim boot in the bar ja aber vielleicht muss ich daraus lernen bevor wir losfahren bin semi professionell mein ganzes zeug noch einmal durchchecken wäre glaube ich nicht verkehrt man weiß funktioniert alles so eva wie gesagt oder vorhin geht gar nicht aber ich meine geht für einen mc nicht der roller ist schon cool der fährt war ja entspannt mit sei mal wenn es nicht um top speed geht aber das geht uns ja eh nicht wir fahren ja gemütlich von daher ist schon ein guter roller ist vor allem ist das sofa aber für einen mc geht es halt nicht ansonsten 300 kubik ja ist gemütliches fahren bestimmt sogar und hat auch einigermaßen kraft zum überholen oder so geht es auch also naja das ist kein schlechtes teil jetzt sind wir in der thai bar machen auch einen abschluss hier machen wir auch unser fünf jahres anniversary also fünf jahres bestandsfeier und machen sie den laden zu oder was jetzt machen wir es nochmal gerade die mal kiese raus war ich sagen wir machen hier anniversary party in der thai bar aber ein bisschen schatten machen also am 10 dezember machen wir hier die party wer da ist wer da ist kann ruhig kommen hoffe ihr habt da auch spass dran kommen bestimmt ein paar motorräder auch vorbei und wenn der motorrad habt könnt ihr gerne auch kommen ansonsten habe ich ja schon mal gesagt shame on me ich habe total heute morgen ein bisschen stress gehabt da habe ich die die batterie nicht reingemacht in die gopro somit keine fahraufnahmen ok ansonsten bis bald in thailand tschüss tschüss